Es sah nicht gut aus. Es sah nicht schlecht aus, meine ich. Es sah wirklich nicht schlecht aus. Es war kein gewerteter Lauf gewesen bisher. Trotzdem, es ist halt wirklich ein Sport, wo man viel Erfahrung sammeln muss. Und fürs allererste Mal ging die Karre schon anständig ab. Ich glaube, das nächste Mal haben Sie längere Grooven dran. Die richtige Startposition hat schon eine ganze Menge zu sagen. Ja, nach so einer Mühlerei wird die Strecke natürlich ein bisschen schwächer zum Schluss. Aber die Bedingungen sind natürlich für jeden Gleichstand. Jetzt, dritter Lauf. Alles entscheidende Lauf. Dann gehen die Emotionen hoch. Aber leider auch nicht mal nicht geschafft. Aber bis kurz vorm Schluss war er in der Luft. Wenn die Rappenordnerie das nicht rein mischt. Ja, wenn man die Tiefelbahn aus dem Tüben mischt. Die Rappenordnerie.